Servus Leute und willkommen zurück zu Tropico 5. Die Königstreuen auf ihrer Insel verlangen, dass sie den Plan des Königs unterstützen, indem sie ihre Exportpreise senken. Die Revolutionäre fordern hingegen eine Erhöhung der Exportpreise, um von der Situation zu profitieren. Seine Majestät will mindestens 10.000 Nahrung ganz gleich welcher Art. Ich glaube, ich nehme einfach nicht verändern, oder? Oder erhöhe ich sie nochmal? Ich erhöhe sie nochmal. 20.000 Nahrung wird exportiert, hoffe ich. Und jetzt haben wir aus unerfindlichen Gründen gerade wieder 8.000. Was ist das hier hinten? Kohle vorkommen. Also Kohle haben wir momentan recht viel. Jetzt schauen wir mal hier hinten lang, was es da gibt. Arbeiten hier drin Leute? Ja. So. Tycoon bringt mir hier nichts, weil das Ding nicht auf Höchstbudget arbeitet. Nehmen wir mal den Vorarbeiter für das Sägewerk. Sägewerk. Großartige Neuigkeiten. Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Wir mussten einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte. Und verloren darüber einige gute Männer. Ja. Penultimo ist gut. Das ist irgendwie schon logisch, dass man beim Abfeiern einer Waffe besser nicht in den Lauf schauen sollte. Übrigens wollte ich noch erwähnen, bisher haben wir ja unsere Politik noch nicht so wirklich festgelegt. Wenn wir das irgendwann mal tun, würde ich gerne mit euch zusammen so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung unsere Reise hier geht. Das heißt, ich würde euch gerne fragen in den Kommentaren, was sollen wir denn errichten? Sollen wir hier eine Diktatur errichten, in der wir unsere Bevölkerung quasi unterdrücken, überwachen, also quasi so USA-mäßig? Oder sollen wir uns in Richtung der Demokratie wenden? Mit freien Wahlen, Freiheiten allgemein und so Sachen. Also das wäre mal cool, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könnt. Wir könnten das nämlich mit der Verfassung dann bestimmen. Die wir später dann nach der Unabhängigkeit aufsetzen. Dann können wir das bestimmen, was wir denn werden wollen. Und da würde ich einfach mal euch gerne danach fragen, was ihr dazu sagt. So wie soll ich denn das... Beste Straßensystem ever. What the fuck. Na gut, es muss ja nicht immer alles so eckig sein. Das ist ja auch langweilig. Irgendwo. Glaube ich zumindest, bilde ich mir jetzt ein. In meiner, meinem naiven jugendlichen Leichtsinn. So, wir können Planken verkaufen, wenn das Ding dann mal hier fertig wird. 82% sieht gut aus. Dann können wir eine Handelsroute aufnehmen und Planken verkaufen. Das bringt uns auch wieder Geld ein. Die Planken haben wir ja sowieso. Wir müssen nur schauen, dass die Holzversorgung sichergestellt ist. Weil hier hinten reißt der jetzt natürlich die ganzen Bäume ab. Und wird dann recht bald fertig sein. Und dann haben wir keine Bäume mehr. Also gibt es wirklich Gold in den Bergen, alter Freund. Da ist es nur gerecht, wenn ich einen Teil der Erträge bekomme. Denn schließlich habe ich sie darauf hingewiesen. Nun gut, hier sind die Fakten. Ich glaube, dass 10% reichen sollten. Das ist normal für ein Schürfrecht, glaube ich. Tun Sie mir diesen kleinen Gefallen und ich lege bei seiner Majestät ein gutes Wort für Sie ein. Was sagen Sie, alter Freund? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die noch brauche. Ich glaube nicht. Nein. Der bekommt gar nichts dafür. So. Da haben wir jetzt unseren zweiten Hafen. Ich gehe immer ins falsche Menü. WTF. Ich wollte zum Handelsmenü. Was sich auch immer dann da drüben verloren hat. Ich weiß es nicht so genau. Jetzt haben wir natürlich wieder... Jetzt haben wir natürlich keine Plankenhandelsroute. Das ist natürlich top. Müssen wir warten leider, bis einer auftaucht. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Mit Freude kann... Mit Freun... Mit Freunde... Das heißt mit Freude. Mit Freude kann ich verkünden, dass unser Dynastiemitglied erfolgreich nach seiner Ausbildung im Ausland zurückgekehrt ist. Ich darf anmerken, dass es mich freut zu verkünden, dass er nicht nur gebildet, sondern auch mit einer gewissen Resistenz gegen alkoholische Getränke zurückkehrt. Ja, das glaube ich allerdings auch. Wobei man muss sagen, bei uns im Studium ist es tatsächlich nicht so extrem. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied, was man studiert. Ich bin ja... Ich studiere ja Elektron- und Informationstechnik. Das ist ja quasi... Ingenieurwissenschaften sind das ja. Also quasi... Studiengänge, die eher für die Wirtschaft dann ausgelegt sind. Mit denen man eher in Richtung Industrie geht dann. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, weil ich weiß nicht viel... Weil vielleicht sind da einfach ein paar vernünftigere Leute drin. Es gibt zwar immer noch so ein paar Kandidaten, die dauerhaft irgendwo am Saufen sind. Aber das ist Teil, tatsächlich der kleinere Teil unseres Kurses. Das kann natürlich auch Zufall sein. Das will ich nicht ausschließen. Also... Baue ich mal noch ein paar Häuser. Genau zwei. Ich will sie hinten symmetrisch halten, deswegen. Ich baue jetzt hier auch mal eine Querstraße rein. Und ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier baue. Ich kann... Kleine Gartenanlagen bauen. Könnte man mal hier zum Abschluss hier mal so ein paar so Dinger bauen. In der Mitte weiß ich noch nicht genau. Da kommt dann vielleicht noch was rein. Je nachdem. Da werden sich halt jetzt wahrscheinlich Hütten bilden drin. Aber die kann man dann später immer wieder löschen. Das ist nicht das Problem. So. Hi, Autospeichern. Die haben wir übrigens hier auch. Okay. Als Zeichen des Danks für Ihre Unterstützung der Bewegung bieten die Revolutionäre Ihnen Ihre Hilfe an. Denken Sie daran, Sie brauchen ein Zufall... Blablabla. Ja, nehmen wir mal die Revolutionäre. Wir haben gerade wieder ein bisschen Geld. Jetzt hätte ich nur gerne die Plankenhandelsroute. Aber die gibt es hier gerade natürlich wieder nicht. Doof. Naja gut. Was kann ich denn mal bauen von dem Geld jetzt? Gleich mal wieder raushauen, das Zeug. Eine Taverne hatten wir schon, ne? Ja genau, die hatten wir schon hier. Ein Opernhaus. Ich weiß nicht, ob ich gebildete Bürger habe. Das ist das Problem. Ich baue jetzt erstmal einen Leuchtturm. Dann haben wir nämlich mehr Handels-Einkommen. Ich baue den mal weiter raus hier. So, der Leuchtturm ist da. Jetzt schauen wir mal. Hat sich aber leider auch keine Plankenhandelsroute ergeben. Schade. Den kann man auch nur einmal bauen, den, äh, Dings hier. So, ich fange aber schon mal an, aus, äh, Wissen, sage ich mal, Wachtürme zu bauen. Aus gutem Grund. Denn es kann durchaus passieren, dass wir spätestens im Weltkriegszeitalter mit Invasionen zu kämpfen haben. Es gibt hier also auch eine kleine Militärkomponente. Auch wenn sie nicht sonderlich groß ist und die Dinger sind scheiß teuer, sehe ich gerade. Aber gut. Haben wir jetzt, haben wir die 12.000 schon wieder komplett ausgegeben. Das ist perfekt. Wirtschaften für Anfänger. So, hier hinten ist noch. Presidente, wir haben eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Die Zeitung. Darauf befindet sich sogenannte Druckerschwärze, mit der wir die neuesten Ereignisse beschreiben. Dazu gibt es Interviews und politische Stellungnahmen. Damit kann jeder in Tropico seine Meinung äußern. Und er wird den Gang zur Toilette mit einem Mal als viel komfortabler empfinden. Ja, die gute alte Toilettelektüre. So, jetzt nehmen wir mal Bürokratie noch. Verfassung müssen wir dann auch entwickeln, bevor wir die Revolution hier starten. So, die Wachtürme sind fertig. Zumindest einer davon. Können wir dann später auch noch mit dem Maschinengewehr aufrüsten. Ich mache das jetzt nur eigentlich, weil wir keine Truppen haben, bis auf das kleine Trüppchen hier im Palast. Der Plan seiner Majestät war kein voller Erfolg. Unsere Feinde haben einfach kein Fett angesetzt. Aber sie waren für die Nahrungsmittel sehr dankbar und sind jetzt unsere Freunde. So geht's auch. Seiner Majestät gefällt dieses Ergebnis. Schließlich wurde er zu einer der beliebsten Persönlichkeiten der Welt. Ab sofort erhalten sie weniger bis gar keine Möglichkeiten, ihr Mandat zu verlängern. Seine Majestät erlaubt ihm gnädigerweise sich eine einzige Belohnung für ihre langjährigen Dienste. auszusuchen. Ich weiß jetzt nicht, wir sind bei 47%. Ich glaube, wir brauchen die Mandatsverlängerung nicht mehr. Ein Jahr, zehn Monate haben wir noch. Das sollte reichen. Tropico selbst hat uns einen Pfad zur Unabhängigkeit gebahnt. 4.000 Gold-Exportieren. Wo soll ich denn das jetzt? Nee, nee. Das Gold spare ich mir für später auf, wenn wir Schmuck daraus produzieren können, weil dann können wir es für einen weitaus höheren Preis exportieren. Es wäre jetzt also nicht sehr sinnvoll, das zu verschwenden. Ich baue jetzt erstmal eine Zeitung. Ich weiß nunmehr nicht, wo ich das hinstellen soll, aber ich möchte das irgendwie gerne ein bisschen geordnet haben hier, aber das geht nicht so einfach. So. Ich könnte an sich aber mal anfangen. Hier drüben ein Kohlebär. Na, 2500 ist mir ein bisschen zu teuer gerade noch. Haben wir jetzt inzwischen eine Plankenroute? Baumstimme golden. Nein, haben wir nicht. Schade. Ist doof. Aber gut. Hilft ja nix. Können wir denn was anderes exportieren? Wir exportieren ja gerade... Ich finde das komisch, dass man die Route nicht entfernen kann. Weil es ist hier kein Schiff drauf, aber ich kann die Route nicht entfernen. Das finde ich ein bisschen doof. Die müsste man... Das wollte ich nicht. Oh. Die kann man entfernen. Gut zu wissen. Gut. Ich lerne auch immer wieder was dazu. So. Baumwolle wird exportiert. Genau. Was haben wir denn noch, was wir exportieren könnten? Kakao haben wir nicht. Eisen haben wir auch nicht. Na gut. Sonst können wir gerade nix exportieren. Ach nee, der wurde abgeschlossen. Äh, deshalb ist er verschwunden. Man kann ihn also nicht beenden. Okay. Presidente, ich meine natürlich Gouverneur. Die Insel ist reif für eine Revolution. Ihr Zustimmungswert ist hoch genug, sodass Sie die Unabhängigkeit von der Krone erklären können. Und wir sind endlich frei von ihren unsinnigen Forderungen. Eigentlich fordern die nicht viel, sondern geben uns nur Geld, aber gut. Machen wir aber noch nicht. Können wir jetzt hier machen. Aber erstmal möchte ich schauen, ob ich da noch was rausholen kann. Ich meine, wir kriegen jetzt zwar nicht mehr viele Mandatsverlängerungen, aber so ein bisschen was kriegen wir trotzdem noch. Ich baue jetzt mal das ganze Social-Zeug hier so ein bisschen hin. Obwohl, die Opa können eigentlich oben hin bauen. Das Zeug, was hier innen drin steht, kommt dann nämlich früher oder später irgendwann weg. Das habe ich bisher immer so gemacht, dass ich die Farmen dann irgendwann ausgelabert habe, einfach weil ich hier dann die Stadt haben möchte. Und da nicht irgendwo mitten in der Innenstadt vor einem Palast noch eine Farm stehen haben will. Das muss dann auch nicht direkt sein. So, die Zeitung ist auch schon da. Gut, gut, gut. Jetzt schauen wir mal die Zufriedenheit. Zufriedenheit. Ja, Sicherheit, da bräuchten wir Polizeiwachen. Die habe ich aber glaube ich gerade noch gar nicht. Wohnraum ist nicht so prickellen. Religion auch nicht. Wir bräuchten wohl mal eine zweite Mission, wa? Ja, sieht so aus. Dass wir da mal eine zweite Mission bräuchten. Direkt neben dem Pub hier. Neben die Taverne. So. Die Bürger Tropicos sind es leid, hart zu arbeiten, um ihre Güter für einen Spottpreis an die Krone zu verkaufen. Wir sollten lukrativere Handelsangebote finden. Es liegt natürlich bei Ihnen, mit wem wir Geschäfte machen. Doch ich rate Ihnen, ein Geschäft mit den Schmugglern zu machen. Nur die machen uns einen fairen Preis. Dank Ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Die Revolutionäre importieren wir jetzt. Obwohl, doch, können wir schon importieren. Sind ja gebildete Bürger, die brauchen wir ja auch. Jetzt schaue ich nur mal, Planken sind immer noch nicht da, aber auf eine Quest. Das Volk steht zunehmend hinter der Revolution. Aber wir können noch mehr tun. Sie sollten sich um die Beschäftigungszahlen der Insel kümmern. Um die Arbeitszufriedenheit auf Ihrer Insel zu erhöhen, sollten Sie allen arbeitslosen Bürgern einen Arbeitsplatz anbieten. Als zweites sollten Sie das Budget einiger Gebäude erhöhen. Das erhöht die Arbeitszufriedenheit und den Wohlstand der Arbeiter. Stellen Sie dabei sicher, dass die erhöhten Budgets nicht ihre Finanzreserven verschlimmen. Jupp, stimmt. Ich kann ja mal schauen, wo denn gerade die niedrigste Arbeitsqualität herrscht. Im Sägewerk. Holzfällerlager. Okay, Sägewerk, das kann mal ein erhöhtes Budget bekommen. Machen wir das mal so. Das Holzfällerlager bekommt auch mal so ein Budget. Dann erhöht es nämlich die komplette Zufriedenheit für die Arbeit. Dank Ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Da habe ich schon wieder eine Quest erfüllt. Okay, gut zu wissen. 58% Zustimmung haben wir gerade. Ich werde jetzt erstmal noch ein Bergwerk bauen. Einfach, weil ich dann direkt recht bald mit Strom anfangen möchte. Wenn wir es denn entwickelt haben. Und dafür brauchen wir nun mal... Hier Dingens. Hallo? Dafür brauchen wir nun mal Revolution... Äh, Schmarrn. Was laber ich? Dafür brauchen wir Kohle. Moment, das geht so nicht. Dürfte ich das bitte irgendwie hier erstmal gerade noch führen und dann hier rüber erst? Sorry, Perfektionismus und so. Machen wir es so. Gut. Geht es zwar hier so ein bisschen komisch ran, aber das geht schon soweit. Ich möchte erstmal... So, Forschung noch... Haben wir hier noch ein bisschen was? Die Verfassung müssen wir auch noch erforschen. Wobei wir das eigentlich auch im Weltkriegszeitalter machen könnten. Und ich muss ja eh... Wir haben etwas ganz besonderes... So, wie zum Thema. Erforschen wir mal die Verfassung. So. Ich würde sagen, elf Monate haben wir noch Zeit, um die Unabhängigkeit zu erklären. Wir können sie aber jetzt jederzeit erklären. Aber ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin. Servus.